Wir senden live aus dem Blech Kunstraum am Steintor. Hier findet aktuell eine Ausstellung statt, die den Titel trägt, weil wir jung sind. Und als Ausgangsort hat sie die Geschichte des VEB Waggonbau Ammendorf gewählt. Wir haben uns in den letzten Minuten schon eingehend beschäftigt mit diesem Betrieb, aber auch mit dem, was es an Kulturarbeit und Ideen für Kulturarbeit in der DDR gab und dem sogenannten Bitterfelder Weg. Und ein Name, der immer wieder verbunden wird mit dem Waggonbau Ammendorf, ist der der Schriftstellerin Christa Wolf, denn die war 1959 bis 1962 hier in der Stadt Halle und hat den Bitterfelder Weg ernst genommen. Erstmal kann man sagen, ist Mitglied einer Brigade geworden im Waggonbau und hat dort einen Zirkel schreibender Arbeiter geleitet. Sie hat aber auch für den mitteldeutschen Verlag gearbeitet, der sich hier auch am Steintorplatz befindet. Und vor allem hat sie selbst geschrieben, auch hier in Halle, ihre Erzählung Der geteilte Himmel, die dann von Konrad Wolf verfilmt wurde und sich unter anderem auseinandersetzt mit der Arbeit, auch der Arbeit in einem Waggonbau. Deswegen wird dieser Name Christa Wolf immer wieder gekoppelt mit der Geschichte des Waggonbaus. Wir wollen uns darüber jetzt genauer unterhalten, hier in diesem lichtdurchfluteten Waggonbauskelett, in dem sich unser mobiles Radiostudio befindet. Und hier bei mir sitzt Lukas, der sowohl Der geteilte Himmel von Christa Wolf gelesen hat, als auch den Film von Konrad Wolf gesehen hat. Sehr schön, dass du da bist. Hallo. Ja, schön hier zu sein. Jetzt habe ich viel referiert, das, was man ja so den Entstehungskontext dieser Erzählung nennen kann. Und das ist sicherlich interessant, aber heißt natürlich erst mal nicht viel, dass das hier in Halle entstanden ist, dass das immer wieder an die Stadt gekoppelt wird. Was würdest du denn sagen, sind die zentralen Themen dieser Erzählung Der geteilte Himmel? Ich glaube, ich würde das auch noch mal so einordnen, eine Reihe von Büchern, die halt in dieser Zeit Anfang der 60er Jahre entstanden sind. Und dazu gehört neben dem geteilten Himmel von Christa Wolf ja Rummelplatz von Werner Bräunig, Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann, auch Spur der Steine von Neutsch. Das sind alles Bücher, die in dieser Zeit entstehen und die eben zentral sich damit auseinandersetzen, was bedeutet Alltag in der Produktion und die davon ausgehend eine Kritik aufmachen und Widersprüche und zentrale Konflikte, die eben mit dem gesellschaftlichen Leben in der DDR zu tun haben. Diese Bücher haben, finde ich, so etwas gemeinsam, dass sie irgendwie so eine melancholische Grundstimmung haben und trotzdem irgendwie von einer Art Aufbruch irgendwie bestimmt sind. Bei dem geteilten Himmel, würde ich sagen, ist so ein ganz wichtiges Grundmotiv, dass Erwachsen werden und Erwachsen werden, ohne sich innerlich vollkommen zu verhärten, ohne ein Spießer zu werden, ohne sich anzupassen und irgendwie an einer Ethik festzuhalten, die das eigene Umfeld und die eigene Umwelt mit einbezieht. Und die Frage, wie kann man das eigentlich schaffen? Hauptfigur ist Rita Seidel, eine 19-jährige Studentin, die ja eine Familie hat, die so einen vertriebenen Hintergrund hat und die dann eben in diesen mitteldeutschen Raum kommt, dort auf einem Dorf aufwächst, das erst einmal ziemlich behütet ist und übersichtlich und die dann sich entscheidet, nach Halle zu gehen, um dort Lehrerin zu werden und jemanden kennenlernt, der Manfred Herford heißt, der zehn Jahre älter ist, mit dem sie eine Beziehung führt und der ja so zur technischen Intelligenz gehört, sozusagen so ein Chemiestudent ist, der dann auch seinen Abschluss macht in dieser Zeit. Und so bewegen die sich halt durch Halle und verständigen sich über verschiedene Konflikte, mit denen sie jeweils im Alltag zu tun haben. Und darüber gibt es eine Entzweihung zwischen den beiden. Ich würde sagen, das ist so das Grundmotiv des Buches. Ja, Entzweihung ist das Stichwort, das ich aufgreifen würde. Das ist ja auch der Titel dieser Erzählung, Der geteilte Himmel. Also es ist etwas entzweit, es ist etwas geteilt und dass diese Erzählung 1963 erschienen ist, wird immer gekoppelt an den Mauerbau und die deutsche Teilung. Wie würdest du sagen, findet sich diese Teilung konkret im literarischen Stoff von Christa Wolf? Also ich würde sagen, sie findet sich in so weltanschaulichen Fragen wieder und wie man mit der Erfahrung des Rückschlages letztendlich umgeht. Also der Manfred, der eben sozusagen der Freund von der Rita wird, der hat schon so bestimmte Enttäuschungen halt hinter sich und entwickelt daraus so eine bestimmte Weltsicht, die halt irgendwie sagt, es bringt eigentlich nichts, sich zu bemühen, weil die Geschichte ist ein zufälliger Prozess, auf den ich keinen Einfluss habe und Mittel und Zweck in Einklang zu bringen und sich zu bemühen, zu verbessern auch sozusagen, ja sozusagen mit den ganzen Arschlöchern, denen man begegnet und den Funktionären, die einem was erzählen wollen und gegenüber denen man keine Chance hat. Der Manfred würde halt sagen, an einem bestimmten Punkt lohnt sich diese Auseinandersetzung für mich und darin bin ich resigniert. Und die Rita ist da sozusagen hoffnungsvoller, also sie nimmt das alles sehr ernst und nimmt sozusagen die Schwere dieser Konflikte, die der Manfred mit sich rumschleppt, die nimmt sie wahr und nimmt sie ernst und trotzdem hat sie eben die Perspektive, dass sie sagt, ich möchte aber vorwärts gehen und ich möchte sozusagen die Herausforderungen annehmen und will diese Auseinandersetzung halt führen. Und daran macht sich dann eben diese unterschiedliche Perspektive auf. Kann ich hierbleiben und mit diesen widrigen Bedingungen in der DDR umgehen oder geht dann eben sozusagen der Weg rüber in den Westen? Der geteilte Himmel ist also ein geteilter Himmel zwischen Manfred und Rita, diesen zwei zentralen Figuren in der Erzählung von Christa Wolf und ich habe auch mit Steffen Händel gesprochen, Literaturwissenschaftler an der Uni Halle hier, was er sagt zu der Differenz zwischen Manfred und Rita. Schon in der allerersten Begegnung mit Manfred wird klar, dass die prinzipiell was trennt. Und das ist gar nicht so sehr, das wird im Laufe der Erzählung nochmal profiliert, gar nicht die Einstellung von Manfred zu dem, was auch Rita vertritt. Das wird nicht begründet in der Erzählung. Man steht auf der Seite des Lebens, des vornen Lebens, das ist der Osten, das ist die Menschlichkeit und das vertritt irgendwie auch Manfred. Nur Manfred glaubt, dass hier noch schlechte Menschen wohnen, also die halt noch affiziert sind von dem Faschismus, die sich nicht freigemacht haben, vom Opportunismus, sich in jeden Verhältnissen einzurichten und dadurch jede Gesellschaftsidee quasi zu torpedieren. Darin unterscheidet er sich nur. Und Rita ist von Anfang an, auch wenn das noch quasi ein vorbegrifflicher, ein vorpolitischer Begriff ist, ist sie eigentlich schon total eingenommen für das, wofür die DDR dann steht. Die Festigung in dieser Position, das passiert im Roman und das ist mitnichten eine Urteilsfindung im Sinne von, da entwickelt sich ein neuer politischer Inhalt, sondern sie wird sich einer Parteilichkeit gewiss, die sie schon in sich hat. Und das ist gewissermaßen, also es ist irgendwie zweischneidig. Erstmal denkt man, ja, ganz schön perfide dieser Roman, setzt ein, erklärt die Zustimmung von der Rita gar nicht über ein politisches Argument, sondern sagt, das war immer schon in ihr drin, das kommt ganz aus ihr selbst heraus, aus dem quasi humanistischen Gespür. Und andere Seite ist, dass das in der Literatur, in der kommunistischen, sozialistischen Literatur, also nicht nur dort, aber auch dort, eigentlich eine Blickweise ist, die es schon seit der Weimarer Republik gibt. Und die lebt ein bisschen davon, dass man, wenn man beisammen ist und weiß, wie die Verhältnisse ticken, dass die Menschen so darin schlecht kommen, ist, also wir reden jetzt von der Weimarer Republik zum Beispiel, Massenarmut und so weiter, dann ist sowas wie ein gesellschaftliches System, wo es politisch-ökonomische Freiheit gibt, wie das sowjetische Modell, identisch mit dem, was der Mensch will. Und damit ist es in der Motivik quasi in der linken Literatur, auch in der realsozialistischen Literatur, immer identisch gedacht. Also menschlich für Mensch sein mit der Wahl zum Sozialismus. Und ich schätze mal, deswegen begründet sich der Roman dahingehend nicht, sondern unterstellt das womöglich schon. Also wir leben ja hier noch in den 50er, 60er Jahren, wo ein ganz anderer Diskurs zu der Legitimität des linken Modells existiert. Soweit Steffen Händel über der geteilte Himmel. Und ich fand das noch einen ganz spannenden Punkt zu sagen, das, was du auch schon beschrieben hast, als ein Aufwachsen und ein Reinwachsen, ist etwas Naturalisiertes. Also die Entscheidung ist schon da. Würdest du das so teilen? Ich glaube, ich würde das so ein bisschen relativieren, deswegen, weil es bei Rita nicht die ungebrochene Zustimmung zu dem gibt, was da ist, was da ist an gesellschaftlichen Konflikten und Widersprüchen. Und ich würde sagen, insgesamt ist dieser Roman ja auch keine Verurteilung des Typ Manfred, der sozusagen an sein eigenes Fortkommen denkt und deswegen rübergeht, sondern umgedreht. Und dieser Roman zeigt diesen Charakter, um für ein Verständnis zu werben. Und sozusagen das, was, glaube ich, der Roman will, ist, dass die DDR begreift, was gibt es für Gründe für Leute, zum Beispiel rüberzugehen. Und das wird ja alles ausbuchstabiert, die Gründe dafür, enttäuscht zu sein und so weiter. Und es ist sozusagen, es kritisiert eine bestimmte Tendenz in der DDR, nämlich sozusagen das Nachplappern, so dieses starre Funktionärswesen, der Dogmatismus, das Blindeentscheiden von oben und dem Stromlinien förmig folgen. Das ist das, woran Manfred verzweifelt. Und nur weil sich Rita sozusagen entscheidet, im Osten zu bleiben, heißt das nicht, dass sie dieser Tendenz zustimmt, sondern der Unterschied ist, dass sie sich sozusagen dem stellen will und das verändern möchte innerhalb der DDR. Und sie sucht sich da ja verschiedene Bündnispartner auch. Also es gibt den, der das Lehrerseminar leitet, der Schwarzenbach, der sie auch eben nach Halle geholt hat und sie überzeugt, dass sie auch Lehrerin werden kann und Lehrerin werden will. Das ist jemand, der sozusagen auch gegen so ein Obrigkeitsdenken steht oder halt eben die Arbeiter in der Brigade Ermesch, die sozusagen die Rita in diesem Waggonbau auch kennenlernt. Auch da ist das eine spannungsgeladene Konstellation, aber auch da gibt es sozusagen eine Auseinandersetzung, die nicht einfach aufgeht, in dem, was sozusagen die DDR als monolithischer Block wäre, sondern es werden ja gerade Konflikte gezeigt. Dass wir über die Erzählung Der geteilte Himmel von Christa Wolf sprechen, ist auch dadurch bedingt, dass wir eben sprechen über den Waggonbau Ammendorf hier in diesem Mittagsmagazin. Dort war die Autorin, hat dort ja eine Brigade begleitet, war selbst Mitglied dieser Brigade. Das hat Eingang auch in ihre Tagebücher gefunden und an einer Stelle im Jahr 1961 schreibt sie dort Ins Gespräch kommt überraschenderweise die Frage, was uns eigentlich ganz konkret in der DDR hielt und hält, da so viele weggingen. Diese Frage ist ja nun auch zu einem Unterton in meiner Erzählung geworden. Im Negativen sofort zu beantworten. Man weiß, was drüben gespielt wird und dass man da nicht hingehört. Im Positiven, dass hier bei uns die Bedingungen zum Menschwerden wachsen. Theoretisch ganz klar. Praktisch wachsen sie wirklich. Streuen wir uns nicht oft über die konkreten inneren Verhältnisse unserer Menschen Sand in die Augen. Zum Beispiel ihre Beziehung zur Vergangenheit. Eines Abends, als die Ammendorfer Brigade bei uns war, wurde es erst lebhaft beim Austausch von Kriegserinnerungen und so bei vielen Leuten. Es fällt ihnen unendlich schwer, sich selbst gegenüber kritisch zu sein. Das als ein Tagebuchauszug von Christa Wolf und ein Element in diesem kurzen Abschnitt ist der der Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Auch eine Frage, die in der Geteilte Himmel immer wieder eine Rolle spielt. Und sie formuliert es hier als die Fähigkeit zur Selbstkritik, sich selbst gegenüber kritisch zu sein. Welche Positionen der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gibt es denn in der Geteilte Himmel? Ich würde auch erst mal sagen, dass das genau dieses Motiv auch eine Gemeinsamkeit dieser Romane ist, die ich aufgezählt habe, die immer sich die Frage stellen, wie kann man eigentlich Sozialismus aufbauen da, wo vorher der Nationalsozialismus gewesen ist, wo noch so viel Altlast auch da ist und wo es sozusagen eine unglaubliche Verstrickung auch gibt. Wie kann man mit den Leuten eigentlich einen Sozialismus aufbauen? Und ich finde, es gibt in diesem Roman Der geteilte Himmel eine Stelle, wo diese Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ganz zentral mit vorkommt, aber fast beiläufig. Aber trotzdem finde ich, umso wirkungsvoller und umso spannender verarbeitet. Und das ist eine Szene, wo Manfred eingeladen wird von seinem Chemieprofessor zu so einem Abenddinner sozusagen mit den anderen Doktoranden. Und da ist auch ein Parteifunktionär dabei und ein Freund von dem Manfred. Und das ist so eine unglaublich spießige Tischrunde und alles ist so ein bisschen komisch. Und dieser Parteifunktionär ist auch so in einer schwächeren Position da in dieser Runde und die machen sich so ein bisschen über den Heer. Und dann kommt es zu einer Szene, wo der Professor sozusagen so selbstgemachte Cocktailrezepte ausschenkt. Und der Cocktail für die Männer, der ist so ein bisschen härter. Also da ist wirklich richtig Schnaps drin. Und dann wird ein Wettbewerb ausgerufen, wer den besten Namen für diesen Cocktail findet. Und dann wird da so gesagt, ja, der Männermord oder der Teppichätzer oder so, um sozusagen diesem harten Getränk einen Namen zu geben. Und dann bringt einer den Namen Verbrannte Erde. Und dann gibt es irgendwie so ein peinliches Schweigen darüber, was da auf einmal gesagt wurde. Und es ploppt auf einmal so eine Reflexion darüber auf, alle Beteiligten in dieser Runde sind verbunden mit dieser Parole der verbrannten Erde und haben was damit zu tun. Sie sprechen nicht darüber. Und in so einem unbedarften Moment kommt das irgendwie hoch. Und sie sind nicht in der Lage, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen und einen reflektiven Umgang damit zu finden. Also das fand ich eine sehr starke Szene. Also weil da sozusagen die Anwesenheit dieser frisch vergangene nationalsozialistischen Vergangenheit halt irgendwie so präsent wird. und auch wie Verdrängung funktioniert. Und das ist sowieso eine sehr zentrale Szene, weil da zum ersten Mal deutlich wird, dass in dieser Beziehung zwischen Rita und Manfred, dass da was zwischen ihnen steht und sie sich auf einmal äußerlich anschauen. Und Manfred auch erfährt, dass sozusagen sein Verfahren, das er entwickelt, also ein chemisches Verfahren, das er sozusagen in einer Fabrik in Thüringen halt irgendwie unterbringen möchte und da an den Mann bringen möchte, dass er das da nicht verwirklichen kann. Und er sozusagen zurückgeschlagen ist in seinen Hoffnungen. Und das finde ich unglaublich spannend, weil dadurch die Zentralität dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus deutlich wird. Also die zentralen Motive des Romans kommen in dieser Szene zusammen und die nationalsozialistische Vergangenheit ploppt auf. Die Frage ist ja dann, wie ploppt sie auf? Also in diesem Tagebucheintrag, den ich gerade vorgelesen habe, bleibt ja die Frage offen. Also sind die Verhältnisse so, dass wir umgehen können mit Menschen, die im Faschismus erzogen wurden, die nationalsozialistisch geprägt sind? Und wenn man jetzt der geteilte Himmel liest, dann gibt es das Ende dieser Handlung. Das heißt, Rita entscheidet sich ganz klar für den Staat DDR und seine Ideen und gegen die Beziehung zu Manfred. Ja, und ich weiß trotzdem nicht, ob es eindeutig beantwortet ist, ob es sozusagen einen Umgang mit dieser nationalsozialistischen Vergangenheit auch geben kann. Weil das kommt an unterschiedlichsten Stellen, kommt das halt irgendwie vor. Also auch in der Brigade Ermisch, wo sie halt arbeitet, in dem Waggonwerk. Auch da gibt es sozusagen Leute, die diese nationalsozialistische Vergangenheit haben und die irgendwie eine Vergangenheit als Leutnant haben. Und irgendwie gibt es dann eine Auseinandersetzung. Darüber kann man sozusagen was anderes sein als ein Schweinehund, der man halt irgendwie damals gewesen ist. Oder auch die Familie von dem Manfred, die Eltern, auch da gibt es eine nationalsozialistische Vergangenheit. Die sind dann aber auch auf einmal Funktionäre, spielen auch mit dem Gedanken, sich in den Westen abzusetzen und so weiter. Also das ist sozusagen, das finde ich sehr klug, weil es nicht sozusagen so eine Rollenverteilung macht. A, da ist irgendwie der gute Kommunist und der sozusagen baut hier den Sozialismus auf und der hat mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Und A, da sind die bösen Funktionäre, die haben die nationalsozialistische Vergangenheit und die haben irgendwie Dreck am Stecken oder so. Sondern es wird halt irgendwie klar, diese Vergangenheit lastet auf allem und es zieht sich durch alle Beziehungsebenen halt durch. Und es wird als Schwierigkeit aufgemacht. Ich weiß nicht, ob es beantwortet wird. Wir sprechen hier im Mittagsmagazin auf Radio Korax über die Erzählung Der geteilte Himmel von Christa Wolf. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dieser Erzählung. Sie stand an der Straßenbahnhaltestelle, als das erste fahle, kalte Grau über den Himmel kroch. Sie froh und war froh, als sie sich in den vollen Wagen drängen konnte. Dann zählte sie die Haltestellen, bis sie aussteigen musste. Im Strom der Waggonbauer ging sie auf das Werk zu. In der langen, kahlen Pappelallee, die in das Fabrikturm mündete, fuhr ihnen der Wind entgegen und jagte den Vorstadtstaub auf. Die Arbeiter hielten sich die Aktentaschen schräg vors Gesicht. Sie grüßten einander durch Handbewegungen und Zurufe. Sie gingen zu zweit und zu dritt und redeten miteinander. Nur Rita ging allein zwischen allen Gruppen. Sie klappte den Mantelkragen hoch und hielt ihr mit der Hand fest, dass sie ihr Gesicht halb verdeckte. Sie wollte keine erstaunten oder neugierigen Blicke sehen. Am Werktor sah sie sich noch einmal um. Gerade traf etwas Sonne die Pappelspitzen und ein paar erste silbrige Blätter kamen ins Glitzern. Sonne und Wind werden auch heute ihre Arbeit an ihnen tun. Hinter den Toren der Werke galten die Jahreszeiten der Produktion. Übrigens war es gar kein Tor, das sie einließ, sondern eine ziemlich schmale Tür und dann stand sie auf einem Fabrikhof, wie heutzutage jeder ihn kennt, auch wenn er nie in einer Fabrik gewesen ist. Und das Besondere fing immer noch nicht an. Hier finde ich mich nie zurecht, dachte sie. Hier verlaufe ich mich jeden Morgen. Am besten ist, ich komme immer zehn Minuten früher. Sie fragte sich durch, Brigade Ermisch. Soweit der Moment, in dem die Hauptfigur Rita in der geteilte Himmel das erste Mal das Werk betritt, den Waggonbau, in dem sie von da an tätig ist und mitarbeitet, als ja auch ungelernte Person, also jemand, der keine handwerkliche Ausbildung erfahren hat, sondern sie kommt dort als Lehramtsstudentin mit in diese Brigade und arbeitet dort mit. Und zahlreiche Passagen, ein großer Teil dieser Erzählung Der geteilte Himmel beschäftigt sich dann mit den Problemen, mit den Debatten, die es um diese Arbeit im Waggonbau gibt. Was sind das denn für Stellen? Was wird da genau verhandelt? Ja, erstmal fand ich diese Beschreibung also unglaublich stark und spannend, weil sich ja da so Natur und Produktion so ineinander spiegeln. Also es gibt sozusagen diese Pappelallee und die Pappeln, die so im Wind wehen und Arbeit und Wind verrichten eine Arbeit. in diesen Pappeln und dann gibt es sozusagen das Werk, das seine eigenen Jahreszeiten hat und da sozusagen wirken quasi die Arbeitskräfte. Und bevor wir vielleicht auch auf diese konkreten Konflikte in der Brigade ärmisch zu sprechen kommen, finde ich das unglaublich spannend und bemerkenswert, wie in der Literatur da bei Christa Wolf halt auf den Arbeitsalltag eingegangen wird. Weil das ist was, was ich von der meisten Gegenwartsliteratur und von ganz vielen Filmen halt her nicht kenne, wo die Haupthandlung meistens dem Alltag entrückt ist. Und das Alltagsleben selber gar nicht der Stoff ist. Und das passiert halt eben da, wo sozusagen eine junge Frau, die sich sozusagen im Leben orientiert, der ist ja auch die Großstadthalle erst mal undurchdringbar und die ganzen Beziehungen, die da sind. Und genauso auch dieses Werk, was ja auch in dieser Eingangsszene beschrieben wird, dass sie sich da erst mal gar nicht zurechtfindet, nichts weiß und sozusagen sich sogar mühsam den Weg zu ihrem Arbeitsplatz durchfragen muss. Und dann sozusagen langsam Stück für Stück wird es halt irgendwie sichtbar, was passiert sozusagen in diesem Arbeitsprozess. Und so wie sozusagen so eine junge Arbeiterin ungelernt dann sozusagen die Arbeitsschritte kennenlernt, so lernt sie gleichzeitig kennen, was für Lebenswege stecken dahinter und was wirkt alles in diesem Arbeitsvorgang noch mit, was die Leute halt alles so mit sich rumschleppen. Es gibt eine Auseinandersetzung in dieser Brigade ermisch und die besteht darin, also sie wird zugewiesen einem Rolf Metternagel, was ein älterer Arbeiter ist und es kommt heraus, der hat sozusagen eine rückläufige Kaderentwicklung. Das heißt, er war früher mal Meister in der Brigade, hat sich sozusagen verantwortlich gezeigt für diese Brigade und es gab innerhalb der Brigade eine Fehlkalkulation, sodass die Brigade missgewirtschaftet hat. Er ist dafür verantwortlich gemacht worden und ist deswegen sozusagen zurückgeschluft worden und arbeitet jetzt mit sozusagen einem gewissen Ingrimm in dieser Brigade und hat irgendwie sozusagen so eine offene Rechnung da halt irgendwie noch da. Also er arbeitet mit denen zusammen, die ihn beschissen haben, für die er Verantwortung übernommen hat und jetzt sozusagen werden in diesem Werk, in diesem Waggonwerk, wird halt deutlich, okay, es gibt Zulieferschwierigkeiten, es gibt sozusagen widersprüchliche Ansagen von verschiedenen Planungsstellen und auch der Werksleiter setzt sich ab auch in den Westen und auch der entzieht sich der Verantwortung über eine bestimmte Fehlkalkulation innerhalb des Werkes und jetzt kommt es halt irgendwie darauf an, dieses Werk mit einem neuen Leiter halt wieder auf Vordermann zu bringen und da ist dann halt eben die Frage, wie viel leistet die einzelne Brigade und wie viel leistet jeder Einzelne und ist man zum Beispiel auch dazu bereit, mehr zu arbeiten, weil man mehr arbeiten kann, also sozusagen die Norm zu erhöhen oder denkt man nur sozusagen an das eigene Fortkommen, denkt man nur an den eigenen Lohn oder ist man auch dazu bereit, zum Beispiel intensiver zu arbeiten, in der gleichen Zeit mehr herzustellen, ohne dass sich das unbedingt im Lohn niederschlägt, das sind sozusagen die Auseinandersetzungen, die innerhalb dieser Brigade geführt werden. Wir hören auch nochmal Steffen Händel, der sich eingehend auch mit Christa Wolf und gerade mit ihren Tagebüchern, die sie in Halle Ammendorf geführt hat, auseinandergesetzt hat, eben zu dieser Frage, inwiefern auch Eingang gefunden hat, die reale Beschäftigung der Autorin Christa Wolf mit den Verhältnissen im VEB-Waggonbau Ammendorf. Als Autorin im Waggonbau, also das ist sie irgendwie, wenn man diese Tagebücher liest, total auf eine Einheit froh, darüber diesen Einblick zu haben, aber was sie dann erblickt, stimmt sie gar nicht so froh, nämlich dass es gar keinen Konsens gibt in dem, wofür die Arbeiter arbeiten gehen, was sie verfolgen mit der Arbeit. Ist es ein Privatinteresse, einfach nur das Geld verdienen und da es private Glück zu suchen oder ist es ein Engagement für einen größeren gesellschaftlichen Zweck, ist das ein Ausnutzen der Prämien, ist das ein Ausspielen der Kollegen, etc., etc. Und sie ist sich ganz im Unklaren darüber, wie man diesen bunten Haufen an Interessen und Gegensätzen unter diesen Arbeitern überhaupt aufeinander bringt und zwar auf den richtigen Nenner. Der Roman ist auf eine Art eine Antwort darauf, also das ist überhaupt jeder ganze Anlass, auch diese ganzen Bitterfeller Weges und so weiter, die Arbeiter irgendwie abzuholen. Die haben ja Kommunismus nicht selber erkämpft, sondern es ist ja auf ihn rübergefallen, infolge des Sieges der Sowjetunion über dieses Deutschland, der Arbeiter und das System ist ihnen erst mal vorgesetzt worden und das heißt ja noch nicht, dass die Leute sich gleich danach in ihr gerichtet haben, sie hatten halt ihre Vorbehalte. Nicht nur, dass sie faschistisch erzogen waren, sondern gehört ja auch eine gewisse Art von Distanzierung dazu, die Mühsale dieser Arbeit, die hammerhart war nach dem Krieg, wo wenig Lohn gab, wo man auch wenig kaufen konnte für den Lohn, dann zu sagen, man macht das trotzdem mit Stolz, weil es hier irgendwie um ein besseres Leben geht. Das ist ja auch eine gewisse Herausforderung ans Denken und überhaupt an die eigene Konstitution des Arbeiters ja auch und die Politik und die linken kommunistischen Autoren wollten sich ja darin einmischen und den Arbeitern sagen, nein, ihr entscheidet euch fürs Richtige, auch wenn es erst mal so aussieht, dass das nicht euer Werk ist, dass es nicht eure Arbeit ist, dass es auch nicht ein Gesellschaftssystem ist, was euch zum Zweck genommen hat. Ja, und man merkt, wie wichtig gerade diese Arbeitsfrage in dieser prinzipiellen Systemfrage ist und warum da drin sich unheimlich viele Autoren eingemischt haben. Soweit Steffen Händel, vor allem ja zu dem, was Christa Wolf in ihrem Tagebuch notiert zur Frage der Arbeit. Welche Parteiname, vielleicht kann man ja schon auch sagen, gibt es denn dann in der Erzählung der geteilte Himmel? Also ich würde sagen, es ist eine Parteiname für die freiwillige Normerhöhung unter Verzicht auf den eigenen Lohnanspruch eigentlich und das finde ich tatsächlich ein fragwürdiges Motiv und das ist, glaube ich, auch interessant, das historisch einzuordnen, weil dieses Buch, also es spielt Anfang der 60er Jahre und das ist ja eine Zeit, wo die Ökonomie der DDR schon verschiedene Aufs und Abseits hinter sich hatte und dann wird ja eben zu einem zentralen Problem, dass es diese Abwanderung nach Westen gibt und das ist nicht nur sozusagen eine Frage, oh, schwimmen uns jetzt die Leute weg und schwindet dadurch auch eine politische Zustimmung zu dem System, sondern es ist tatsächlich ein ökonomisches Problem, weil dadurch es einen Mangel an Arbeitskräften und Fachkräften gibt und es wird auf verschiedene Weise versucht, damit umzugehen. Am Ende ist sozusagen der Mauerbau die vermeintliche Lösung dieses Problems, dass halt diese Arbeitskräfte abwandern. Dann gibt es aber sozusagen nach dem Mauerbau, der ja auch in diesem Buch mit, also sozusagen indirekt mit verhandelt wird, gibt es quasi, naja, es gibt eine Konkurrenz innerhalb der SED zwischen einem konservativen Flügel, der darauf setzt und sagt, ja, wir müssen die Normerhöhung schaffen, wir müssen alles auf die Produktivitätssteigerung setzen und wir müssen vor allen Dingen auf die Planerfüllung setzen und das heißt eben, wir müssen in den Betrieben die Arbeit zur Moral stärken und das irgendwie schaffen, dass die Leute halt mehr arbeiten und es gibt sozusagen einen eher liberaleren Flügel in der SED, der eher sozusagen, ja, versucht, Planvorgaben auch mit Orientierung an einem Markt irgendwie zu verkoppeln, der eher dezentral ist. Das ist jetzt alles sehr grob schlecht beschrieben, aber das hat was mit dem Buch zu tun, weil dieser liberalere Flügel einhergeht damit, dass es auch eine liberale Kulturpolitik geben soll und da kommen eben sozusagen diese Bücher dann halt irgendwie rein und auch sozusagen, Christa Wolf spielt ja auch eine Rolle, weil sie dann ja auch sozusagen eine Kandidatin sogar im ZK der SED wird und sie ist sozusagen eine, die sozusagen eine Fürsprecherung ist für so eine Art von Liberalisierung auf der kulturellen Ebene, also die sich dafür einsetzt, dass es möglich sein muss, Konflikte und Probleme anzusprechen, aber auf der anderen Seite nimmt sie gerade in dem Buch was von diesem konservativen Flügel auch auf, nämlich dass es wichtig ist, diese Arbeitsmoral zu haben und das, also ich finde, bei diesem Punkt muss man sich tatsächlich fragen, für wen sollen die Leute denn arbeiten und die, also die Antwort ist natürlich ja für das Gesamte, weil es ist der Arbeiterstaat und das nützt uns, wenn es dem Arbeiterstaat nützt, aber in der Realität auch da vielleicht nochmal so ein historischer Exkurs und da würde ich der Renate Hürtgen, was die vorhin gesagt hat, auch beipflichten, dass es die Aufhebung der Lohnarbeit nicht gegeben hat, aber es gab nach 1945 in Ostdeutschland, noch bevor es sozusagen die Gründung der DDR gab, gab es an vielen Orten antifaschistische Komitees, die zum Teil irgendwie das Alltagsleben organisiert haben, zum Teil die Verwaltung übernommen haben und die sich aber auch in den Betrieben organisiert haben und da auf Mitbestimmung gepocht haben. Diese Bewegung hat sich dann schon so ein bisschen aus verschiedenen Gründen wieder zu laufen, als es zur Gründung der DDR kam, aber bis 1948 gab es ganz stark immer noch in diesen Betrieben diese Tendenz zur Mitbestimmung von unten und die Betriebsleitungen und Werksleiter konnten bis 1948 tatsächlich nichts machen, ohne die Betriebsräte und ohne sozusagen die Gewerkschaft irgendwie sozusagen ja das mit einzubeziehen, was an der Basis los ist und das wird 1948 dann erledigt, damit, dass sozusagen dieser erste Zwei-Jahres-Plan halt irgendwie in Gang gesetzt wird und dann ist tatsächlich sozusagen diese Selbstverwaltungstendenz in den Betrieben in der DDR vorbei und unter diesem Vorzeichen dann halt irgendwie zu sagen, wir müssen mehr arbeiten, also das ist was, wo ich sagen würde, verkleidet unter diesem Zirkel der Arbeiterwesen ist das eigentlich gegen das Interesse der Arbeiter in der DDR gerichtet? Ich greife nochmal eine Sache auf, die du vorhin gesagt hast, nämlich, dass es heute selten Darstellungen der Arbeit gibt, wenn man Bücher aufschlägt, dass irgendwie die Arbeit in Betrieben, wie auch immer bei DHL, Amazon dargestellt wird. Es gibt eine Verfilmung auch der Erzählung von Christa Wolf, Der geteilte Himmel, in der Regie von Konrad Wolf und Szenen dieses Films wurden dann auch im realen Waggonbau Ammendorf gedreht und dazu hat der Regieassistent Kurt Bartel in der Werkszeitung Bahnfrei 1963 einen Artikel veröffentlicht, der heißt Kollege, siehst du gerne Filme über die Arbeit? Das ist ja genau diese Frage und da gibt es einen Absatz, da heißt es in einem Waggon fragte uns plötzlich jemand, Kollege, siehst du gerne Filme über die Arbeit? Darauf kann man nur antworten, nein, wir auch nicht. Wenn wir hier nun in eurem Werk Filmaufnahmen machen, dann nicht, um über die Arbeit zu erzählen, sondern über die Menschen und ihre Probleme. Dazu gehören natürlich auch die tagtäglichen Sorgen und die Siege der Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Damit sind wir bei dieser Verfilmung von Konrad Wolf. Vielleicht kannst du sagen, ja, was macht denn die Adaptionen im Film aus? Also ich würde erstmal sagen, das ist eine sehr gelungene und aber auch eine sehr getreue filmerische Verarbeitung dieser Erzählung von Christa Wolf. Also wenn man das Buch liest und den Film schaut, hat man irgendwie das Gefühl, es kommt alles mit vor und es ist irgendwie nichts ausgelassen. Die zentralen Konfliktlinien kommen zur Entfaltung und ich finde, das ist ein sehr schöner Film, den ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen kann, der zum Beispiel in Halle lebt, einfach weil der Film in Halle gedreht wurde und man sozusagen Teile seiner eigenen Stadt vielleicht mit anderen Augen nochmal wieder sieht und ich finde, was ich zum Beispiel spannend finde, ist, dass ich so das Gefühl habe, dieser Film ist ästhetisch so ein bisschen, also nimmt der so Anleihen an so diesen Film-Noir-Sachen, also es wird sehr viel gearbeitet mit Licht und Schatten, starken Kontrasten, mit Spiegelungen, es gibt auch Montagen zum Beispiel in einer Szene, wo Rita den Manfred dann in West-Berlin besucht und wo die beiden sich gegenüberstehen und da ist das so montiert mit so Werbelichtern und so, also da irgendwie eine sehr schöne Formsprache finde ich und was auch immer wieder vorkommt in der Formsprache ist halt so diese Teilung, der geteilte Himmel, also es sind ganz oft irgendwie so Brücken halt irgendwie gezeigt, die so das Bild halt irgendwie so zerteilen in zwei Teile oder diese Pappelallee, die auch in der Beschreibung von dem Zitat von eben irgendwie vorkam, auch das zerteilt dann irgendwie so dieses Bild halt irgendwie oder ein Zug, der halt durch die Landschaft fährt und genau, also irgendwie sehr anspruchsvoll auf der ästhetischen Ebene ist das aber sehr treu umgesetzt, würde ich sagen, was die Christa Wolff in dem Buch da halt vorgelegt hat. Um vielleicht zum Abschluss zu kommen, mit welchen Fragen kann man denn sowohl die Erzählung der geteilte Himmel als auch diesen Film sehen? Also wieso würdest du sagen, lohnt die Beschäftigung mit diesen zwei Sachen? Also ich finde, es lohnt sich schon allein, das zu lesen und sich das anzuschauen, weil ich finde, das eine sehr starke Wirkung hat. Also ich habe so in den letzten zwei Tagen halt irgendwie dieses Buch gelesen und dann abschließend diesen Film halt geschaut und mich hat eine sehr melancholische und traurige Stimmung ergriffen irgendwie und irgendwie ist das mir auch ziemlich nahe gegangen und fand das halt krass, dass es ein Buch so schafft, irgendwie die Traurigkeit, dieser Trennung halt zwischen den beiden, das halt irgendwie so stark zu machen und irgendwie so nachvollziehbar auch zu machen und ich fände es halt irgendwie spannend, vielleicht sich dann auch nochmal mit jemandem drüber zu unterhalten, der dieses Buch gelesen hat in der DDR. Es gibt immer wieder Leute, die halt sagen, die Beiträge von Christa Wolf waren unglaublich wichtig, auch für eine linke oder sozialistische Opposition in der DDR, weil es eben irgendwie Kraft gegeben hat, halt irgendwie in der DDR zu bleiben und das fände ich halt irgendwie spannend, wie das vielleicht so ein Buch halt irgendwie geschafft hat und gleichzeitig ist es ja was Seltsames, das heute zu lesen, weil wir ja diesen Erfahrungshintergrund nicht haben und diese Konflikte, die da verarbeitet werden, die gibt es ja in der Form nicht mehr und dann aber eben sozusagen, was wir schon hatten, dass halt irgendwie so Alltagsleben und Arbeit Stoff von Romanen sind und das sozusagen nicht banal ist, sondern unglaublich spannend und aufregend halt irgendwie verarbeitet, das finde ich halt irgendwie stark und also darüber kann man nachdenken und auch vielleicht das an andere Literatur und kulturelle Produktion herantragen.